Mars floggt die Anzahl der umgeschlagenen Container in Rotterdam bis 2014 auf 16 Millionen ansteigen wird. Ein T.E.U. ist ein 20-Foot Container. Der Entwicklung der zweiten Marien, die Töder Mars floggt, ist es zu erhöhen, den totalen Nr. Import-Export Containers in Rotterdam bis zu 16 Millionen in 2014. ECT, der größte Terminaus in den Kontenern in Europa, betrachtet von drei Terminaus, die drei Quarten der Kontenern, die durch Rotterdam. Auf der Fall, rund 11 Millionen von EVP sind getrachtet in Rotterdam. Die Abbräviation EVP signifie die Unität equivalent...